Entlastung von Firmen Habeck schlägt Sondervermögen vor Kritik sei obszön Buschmann stärkt Antirechtsdemos und Verpflichtende Herkunftsangabe für Fleisch wird ausgeweitet Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 1. Februar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ein milliardenschweres Sondervermögen zur Entlastung von Firmen ins Spiel gebracht. Der grünen Politiker bot der Union bei Haushaltsberatungen im Bundestag Gespräche über die Einführung eines Sondervermögens an, um strukturelle Probleme zu lösen. Wie er dort in einer Pressemitteilung mitteilte, können die Schulen in Brandenburg aufgrund des morgigen Streiks der BVG die Zeugnisse auch schon heute austeilen. Trotzdem müssen alle Lehrer und Schüler zum Unterricht erscheinen. Schüler, die aufgrund des Streiks nicht in der Schule anwesend sein können, kriegen laut Ministerium Aufgaben von ihren Lehrern gestellt. Justizminister Marco Buschmann hat Kritik an den jüngsten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus zurückgewiesen. Hunderttausende Deutsche versammeln sich hinter Menschenwürde, Demokratie, Grundrechten und Rechtsstaat. Das mit den gelenkten Demos des SED-Regimes zu vergleichen, ist obszön. Es ist wichtig, sich frühzeitig gegen die mutwillige Beschädigung unseres Rechtsstaates zu wehren. Für Fleisch in den Kühltheken von Supermärkten und Metzgereien gelten von heute an erweiterte Regeln zu Herkunftsangaben. Gekennzeichnet werden muss die Herkunft jetzt auch für unverpacktes Fleisch von Schweinen, Schafen, Ziegen und Geflügel, wie eine Verordnung von Bundesagrarminister Cem Özdemir festlegt. Um den Stau an offenen Führerscheinprüfungen zu bewältigen, will der Senat mehr praktische Prüfungen anbieten. Dazu wurden mit den technischen Prüfstellen, TÜV und DEKRA Absprachen getroffen. So sollen Gastprüfer aus anderen Bundesländern, von der Bundeswehr oder der Bundespolizei eingesetzt werden. Zudem soll es auch Prüfungen am Samstag geben. Das teilte der Senat gestern in einer Pressemitteilung mit. Der Bierabsatz in Deutschland ist 2023 deutlich gesunken. Er fiel um 4,5 Prozent auf insgesamt rund 8,4 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 2022 hatte es wegen der Erholung nach den ersten Corona-Jahren noch ein Wachstum von 2,7 Prozent gegeben. Einer der beiden Tatverdächtigen zu einem räuberischen Diebstahl am 13. September 2023 gegen 23 Uhr und 45 Minuten am Schnellrestaurant Bürgermeister in der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg wurde von Zeugen identifiziert. Es handelt sich um einen bereits polizeibekannten 27-Jährigen, der bereits seit Oktober 2023 wegen einer anderen Straftat im Gefängnis einsetzt. Sein Komplize mit dem E-Roller wird nach wie vor gesucht. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen. Wer kann Angaben zur Identität des Gesuchten machen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Unbekannten machen? Wer hat den Abgebildeten am 13. September 2023 gegen 23.45 Uhr im Bereich des Tatorts gesehen und kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Direktion 2. In der Perleberger Straße 61 A in Moabit per Telefon sowie per E-Mail entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache können Hinweise gegeben werden. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Freitag zeigt sich der Himmel bedeckt bei Tiefstemperaturen von 4 Grad. Am Freitag ist am Morgen mit Regen zu rechnen bei einer Höchsttemperatur von 8 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wir wünschen Sie eine gute Zeit. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020